In unserem Kopf läuft ständig ein Kinofilm ab. Das kann ein aufbauendes, inspirierendes, positives Kino sein mit Inspiration. Das kann aber auch ein richtiger Horrorfilm sein, der da abläuft mit lauter Sorgen vor allen möglichen Dingen, die passieren könnten. Ich habe das besonders oft bei Frauen beobachtet, die öfters vielleicht auch als Männer dazu neigen, sich über alle möglichen Dinge in den Kopf zu machen. Also über die Gesundheit. Was könnte passieren, könnte ich diese oder jene Krankheit bekommen? Manche sind sogar Hypochonder und haben ständig Angst vor irgendwelchen schlimmen Krankheiten. Angst vor beruflichen negativen Veränderungen, werde ich gekündigt? Angst in der Beziehung, dass irgendwas schief gehen könnte? Angst, keinen geeigneten Partner zu finden und, und, und. Für Menschen, die sich den ganzen Tag immer sehr viele Sorgen machen, da habe ich einen ganz tollen Tipp. Probieren Sie das bitte mal aus. Und zwar schreiben Sie mal wirklich ein Monat lang immer auf, wenn Sie sich über irgendetwas Sorgen gemacht haben. Sie müssen es im gleichen Moment tun, wo diese Sorge hochpoppt bei Ihnen im Kopf. Nehmen Sie ein Blatt und schreiben das dann auf. Ja, mit dem Datum und wann Sie sich diese Sorgen gemacht haben. Und wenn Sie das einen Monat lang gemacht haben, dann werden Sie vielleicht eine ziemlich lange Liste haben mit Sorgen in den verschiedensten Bereichen. Und dann schauen Sie mal, welche dieser Sorgen waren begründet. Also was von den Dingen, die Sie befürchtet haben, ist wirklich eingetreten später. Dann werden Sie meistens feststellen, dass die allermeisten Dinge überhaupt nie eingetreten sind. Das hat schon mal ein kluger französischer Philosoph gesagt. Der hat gesagt, mein ganzes Leben war voll von Unglück, das überwiegend gar nicht eingetreten ist. Und dann überlegen Sie, wenn es in der Vergangenheit so war, dass 99 Prozent der Sorgen, die Sie sich gemacht haben, unbegründet waren, warum soll es dann in der Zukunft anders sein? Besonders unsinnig ist, wenn Sie sich Sorgen machen über Dinge oder den Kopf zermürmen, über Dinge, die in der Vergangenheit liegen. Weil das können Sie ja sowieso nicht ändern. Da hilft vielleicht auch dieses Zitat, eines meiner Lieblingszitate. Das heißt, Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Viele Menschen machen sich viel zu viele Gedanken und viel zu viele Sorgen über Dinge, die sie sowieso nicht ändern können und machen sich viel zu wenig Gedanken über Dinge, die sie ändern können, wie sie sie ändern können. Noch ein letzter Tipp, der hat mir auch mal in einer Phase geholfen, wo es mir nicht so gut ging. Da habe ich jeden Abend vor dem Einschlafen das Buch von Dale Carnegie gelesen, Sorge, dass ich nicht lebe. Ein tolles Buch. Ich habe das dann immer wieder Menschen empfohlen, Menschen, die sich sehr viele Sorgen gemacht haben. Und jeder hat mir bisher gesagt, dass ihm das Buch sehr geholfen hat. Wenn Sie sich Sorgen machen, denken Sie dran, machen Sie diese Liste und schauen Sie, welche Sorgen wirklich dann eingetreten sind später. Ich behalte dir genauso gut zu, wie man sie sonst machen, wenn ich dann auf den الشarten.